So, hallo. Dieses Video ist ganz speziell meinen Freunden gewidmet, die am Samstag gerne mit mir den Odeonsplatz in München besüchtigt hätten, die gerne mit mir einen Einkaufsbummel gemacht hätten und die gerne mit mir Mittagessen gegangen wären, jetzt am kommenden Samstag. Nun, ja, also, der Todesstern des Virenimperiums schwebt leider über München und bedroht jeden, der sich mit jemand anderem zu einem Einkaufsbummel in der Fußgängerzone von München verabredet. Das Ordnungsamt von München hat mir mitgeteilt, dass so eine Verabredung eine genehmigungspflichtige Versammlung sei. So, ich habe länger überlegt, aber ich das einfach ignoriere. Aber gut, es wird jeden Tag schlimmer. Auch die Ersatzkundgebung, die anstelle der großen Kundgebung am 21. am Samstag geplant war, muss da abgesagt werden. Außerdem findest du keinen Platz mehr in München, wo du dich mit anderen zum Mittagessen verabreden kannst. Also, es wird jeden Tag schlimmer und deshalb habe ich entschieden, nicht nach München zu fahren. Das Ordnungsamt von München wird sich freuen. Aber, liebe Freunde, wenn ihr hier zuguckt, ihr dürft euch fragen, ob ihr wirklich nicht 70 oder 80 Jahre zu spät geboren wurdet. Ja, weil es ist so ein Witz. Nun ja, also, ob Witz oder nicht, ich hätte gerne mit euch, meine Freunde, ein Lied gesungen oder mehrere Lieder zusammengesungen. Weil wir wissen ja, aus der Psychoneuroimmunologie, wer Angst hat, dessen Immunsystem geht runter. Und wer gut drauf ist und gemeinsam mit guten Freunden Lieder singt zum Beispiel, lustige Lieder, dessen Immunsystem geht nach oben. Und da hat das böse Virus keine Chance mehr. So, da ich aber jetzt nicht mit euch diese Lieder singen kann, singe ich euch jetzt eins vor. Und ihr könnt euch anschließen oder euch die Ohren zuhalten. Das liegt bei euch, ja. Das ist ein Lied, das habe ich von dem Patienten von Dr. Scheel in Steinheim bei Ludwigsburg gelernt. Ja, und das ist einfach lustig. Das ist so ein Ohrwurm. Ich singe euch das jetzt vor und ihr könnt, wie gesagt, mitmachen oder abschalten, ja. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. So, in diesem Sinne wünsche ich euch ein starkes Immunsystem. Singt lustige Lieder mit den Menschen, die ihr mögt. Denkt an Vitamin C und Vitamin D, was ja unsere Virenjäger leider, leider immer wieder vergessen zu erwähnen. Und habt eine gute Zeit. Wir sehen uns ein andermal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.